Horrortat in Essen. Ein Machetenmann, wie die Polizei hier sagt, ein Essener mit syrischer Staatsbürgerschaft, wir kennen sie alle, hat ein Wohnhaus angezündet, dann noch ein Wohnhaus angezündet, 31 Verletzte, zwei davon schweben in Lebensgefahr, zwei und vier Jahre alt sind die kleinen Kinder. Danach hat er sich in einen Transporter gesetzt, ist in zwei Geschäfte gefahren in der Essener Innenstadt und ist dann mit Machete und Messer aus dem Auto ausgestiegen. Das, sagen sie, ist noch kein Grund, ein Motiv zu vermuten. Doch das ist ein islamisch motivierter Terroranschlag. Das ist offensichtlich. Der junge Mann trägt eine Palästinenserfahne um den Arm und ich habe Videos von allen Teilen dieser Tat. Damit erstmal herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Heute in einer etwas traurigen Nachricht am Sonntag zum Frühstück. Es gibt zwei schwer verletzte Kinder, die aktuell noch in Lebensgefahr schweben, zwei und vier Jahre alt. Das angezündete Haus. Ich kann euch hier mal ein Foto zeigen. Mit Anlehnleitern haben die Nachbarn versucht, die Kinder zu retten, bevor die Feuerwehr eingetroffen ist. Es gibt zwar keine Toten zu beklagen, dennoch sind alle 31 Verletzten hier nicht durch die Machete verletzt, sondern durch die Rauchgas-Inhalation eben wegen diesem Brand. Wir können uns aber mal anschauen, wie das bunte Essen, das Essen, wo es letztens erst die Clanschlägerei im Krankenhaus gegeben hat von den Libanesen, wie das Ganze dann dort aussieht, wenn dort der Mann aus dem Auto ausstieg. Schaut euch das mal an. Bis hierhin kann ich euch das zeigen. Danach möchte YouTube nicht, dass ihr das seht, was zu sehen ist. Es gibt kein Blut zu sehen. Es gibt aber eine Machete und eine andere Klinge zu sehen. Rechte Hand die Machete, linke Hand das Messer. Wenn ihr das sehen wollt, müsst ihr mal in meinen Telegram-Kanal gehen. Dort sind die unzensierten Bilder für euch vorhanden. Ich hänge noch was hinten dran und zwar haben Passanten, Anwohner ihn mehrere Minuten in Schach gehalten, bevor die Polizei eingetroffen ist und sie waren zumindest alle seiner Sprache mächtig. Das im besten Essen aller Zeiten. Hendrik Wüst, ich grüße Sie. Wo sind Sie denn? Wahrscheinlich gerade bei Schwarz-Grün unter der Bettdecke Sonntagmorgen. Wir schauen uns mal an, wie die Situation aussieht, als es hier zu diesem Autotransportereinsatz kam, der in ein Geschäft gefahren ist. Wer auch immer das gefilmt hat, sagte, mach weiter, mach weiter und am Ende sagte er, da war. Also auch jemand muslimischen Glaubens, der diese Taten hier nicht abscheulich findet, so wie ich das finde. Und jetzt können wir uns hier mal anschauen, wie die ganze Situation in einem Hinterhof da noch gelaufen ist. Das findet ihr auch in meinem Telegram-Kanal, das geht wirklich mehrere Minuten, dieses Geschreie da und da sind auch so viele Anwohner dabei, die sich hier alle bewaffnet haben mit Stichwaffen, mit Hiebwaffen kann man auch sagen, um hier diesen Angreifer auszuschalten. Das Drama hat gestern Abend um kurz nach 19.05 Uhr in Altenessen seinen Lauf genommen. In der Alten Essener Straße, Ecke Pielsticker Straße, steht dieses Wohnhaus, was dort abgebrannt ist. Danach ist er zur Zollvereinstraße gefahren, dort hat er ein weiteres Feuer in einem anderen Haus gelegt. Die Polizei und die Feuerwehr waren mit 160 Leuten alleine zur Brandbekämpfung im Einsatz. Die Bilder eben mit dem kleinen Kind, sie sind wirklich dramatisch. Dann hat er das Geschäft auf der Kattenberger Straße angesteuert, beziehungsweise das Fahrzeug hineingesteuert. Wir haben es gesehen. Und er ist dann am Ende auch ausgestiegen und hat eine Machete gezückt und ein Messer. Wie die Polizei hier sagt, in den sozialen Netzwerken kursieren Videos, auf denen der Täter zu sehen ist, wie er die Menschen in seiner Umgebung mit der Waffe bedroht. Passanten hielten ihn offenbar auf Abstand, indem sie Gegenstände nach ihm geworfen haben. Die Polizei hat den Täter hier festgenommen, wie sie sagen, ein Essener mit syrischer Staatsbürgerschaft. Wir können aktuell nichts darüber sagen, wo er, also wann er kam, wie lange er hier ist, was sein Aufenthaltsstatus ist. Wir wissen nur, das ist wieder ein islamistisch motivierter Terroranschlag. Wenn die Leute das immer wieder dann sagen, das Motiv ist völlig unklar, muss man sagen, nein Leute, das Motiv ist überhaupt nicht unklar. Derjenige hat noch eine Palästinenser-Fahne dran, die Al-Akbar-Musik, die kam aus dem Radio, aus dem Transporter. Es ist völlig offensichtlich, dass das in das Muster passt, was alle anderen hatten. Da ist doch keiner psychisch in einer Ausnahmesituation, sondern da möchte jemand Kufa töten, da möchte jemand Ungläubige töten, wie es in der Sure des Korans steht. Und die Polizei, mal schauen, wann sie das Motiv dann finden in Essen. Vielleicht erst, wenn sie dann wieder Rücksprache mit dem berühmten Telefon gehalten haben, was wir jetzt in Thüringen wieder gesehen haben in der Landtagssitzung. Mario Vogt am Telefon, wahrscheinlich direkt nach Südafrika zu Angela Merkel. So wird man auch hier weiter sagen, der Essener mit syrischer Staatsbürgerschaft. Und da muss man sagen, der Flüchtling wahrscheinlich mit syrischer Staatsbürgerschaft oder der anerkannte Asylbewerber oder vielleicht hat er ja sogar ein Visum. Ja, dann wäre er aber wahrscheinlich vor 2014 gekommen. Wir werden es bald erfahren. Die Gerüchteküche, sie brodelt. Ich bin heute Morgen wirklich, ich habe mich fast an meinem ersten Kaffee verschluckt. Ich wollte gucken, was man heute Morgen für eine Nachricht hat. Und dann sieht man diese Bilder da und denkt sich, nee, nee, das war gestern Abend. Keine Tickermeldung auf den Handys. Man lässt uns hier völlig im Unklaren. Niemand möchte auch das Wort Anschlag in den Mund nehmen. Und ich sage, das war ein islamistischer Terroranschlag. Ein Machetenmann, der am Ende 31 Verletzte hinterlässt. Zwei schwerverletzte Kinder, die in Lebensgefahr schweben wegen Rauchgas, Inhalation. Dazu zwei Anschläge mit einem Fahrzeug auf ein Geschäft. Und danach die Bedrohungssituation mit Machete und mit Messer. Aber natürlich, liebe Polizei in Essen, das Motiv ist völlig unklar. Absolut völlig, völlig unklar. Da frage ich mich immer, was machen sie eigentlich beruflich? Wie viele dieser Situationen hat es dieses Jahr schon gegeben? Wie oft wolltet ihr sagen, Motiv unklar, wobei die Motivlage relativ klar ist? Und die Polizei versucht hier Dinge zu verschweigen und zurückzuhalten, damit wir in der Netzgemeinde uns nicht echauffieren. Wir echauffieren uns aber am meisten, wenn sie uns versuchen, an der Nase herumzuführen. Wir lassen uns nicht verarschen. Und sie müssen endlich mal kapieren, das Internet ist überall. Es ist ein Wunder, dass es aus Solingen bisher kein Video gibt. Wir haben ansonsten, ihr kennt das, von jedem größeren Einsatz mindestens ein Video. Manchmal zwei, drei, vier, fünf. So auch hier. Es gab gestern Abend in Berlin-Neukölln einen Einsatz. Zivilpolizisten wollten vor einer Moschee in Berlin-Neukölln eine Fahrzeugkontrolle durchführen. Daraufhin sind sie von Männern aus der Moschee umstellt worden. Es kamen immer mehr Männer aus der Moschee raus. Die Fahrer des kontrollierten Fahrzeugs flüchteten in die Moschee. Und als es dann Verstärkung gab von der Polizei, sind die Männer alle in die Moschee. Und die Polizei war dann auch in der Moschee. Aber die drei Tatverdächtigen sind über einen anderen Ausgang bereits verschwunden gewesen. Das ist Berlin 2024. Genauso wie Essen 2024. Und in Berlin habe ich noch kein Video gefunden. Da muss ich wohl auf TikTok suchen bei den ganzen komischen Leuten aus Neukölln, die dann da auch in dieser Moschee gewesen sind. Die sind es nämlich, die das gefilmt haben. Wenn ihr was findet, schickt mir bitte eine E-Mail an kontakt-at-politik-mit-kopf.de. Alles zusammengeschrieben ohne Bindestrich. Und wir sehen uns dann in einem neuen Video wieder. Wenn du dir nochmal die Messer-Inzidenz angucken willst von Donnerstag, das Video findest du auf Messerradar, meinem neuen Zweitkanal. Und ich habe noch Auswanderung mit Kopf. Falls dich das Thema interessiert, schau auch da mal vorbei. Ansonsten schönen Sonntag und toi 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 für die kleinen Kinder. Zwei und vier Jahre ist genauso alt wie meine Kinder. Es wäre gut, wenn es keine Toten gibt hier. Das ist schon so eine schlimme Situation. Und damit ciao. Bis bald.